Was würdest du den Afrikanern sagen, die vorhaben, nach Europa zu emigrieren? Die Afrikanern, die die Wünsche haben, nach Europa zu kommen, werde ich sofort sagen, Europa ist ein tolles Platz, sonst werde ich selber nicht da. Europa ist toll, geil, entwickelt, hat das Bestes, aber Europa ist nicht von heute bis morgen auf seine Stelle. Es gibt so viele Dinge, die ich gerne mache, weil ich jung bin und ich wirklich nicht kann, aber mit den Konditionen des Heims, die mir nicht ermöglicht. Es ist einfach wie ein Prisoner, es ist kein guter Platz für die Menschen, für niemanden. Wir sehen uns hier, wir sehen uns. Ciao. Komm her! Hier! Woher kommen Sie? Ich komme aus Guinea. Hast du Papier? Nein, ich habe kein Papier. Komm her! Sie müssen görvat deberes, nicht. Du hab. Maage. Sie haben mehrere ganzen Precies. Se Или sogar. Sie können sich nicht immer bedenad. Sie haben voglia Ge стр которых auf sie.